Fällt es Ihnen auch leichter, etwas für Ihre Gesundheit zu tun, wenn es schon wieder etwas wärmer wird? Mir zumindest geht es so und wenn ja, dann sollten Sie jetzt vielleicht an die Leber denken, denn die wird ja im Winter etwas mehr gefüttert und wird nicht so ganz berücksichtigt. Und jetzt im angehenden Frühjahr, im Frühjahr ist die optimale Zeit dafür, dass Sie vielleicht mal eine Detox-Kur machen, wenn dann die große Hitze einschlägt. Und in diesem Video schauen wir mal an, welche Mittel und Wege Sie einsetzen können, damit Sie Ihre Leber entlasten, Ihre Leber entgiften können. Und dann fliegen wir noch so ganz schnell über die Warnzeichen der Leber hinweg. Spätestens dann sollten Sie was für Ihre Leber tun, wenn Sie sich wiedererkennen. Und auf dieser Abbildung sehen wir, was wir eigentlich für eine Aufgabe haben. Schädliche Giftstoffe, sowohl von außen als auch vom Körper selbst produziert, müssen im ersten Schritt der Leberentgiftung oder Leberreinigung entgiftet werden. Sie werden von fettlöslich in den Zustand wasserlöslich überführt. Und die Leber, die ist eigentlich so bei der Entgiftung nur der erste Schritt, Sie erledigt den Job, dass Giftstoffe unschädlich gemacht werden. Und dann kommt die Niere ins Spiel. Und dann kommt auch die Haut ins Spiel, die Lymphen und die Gallenblase und so weiter. Also das sind alles die Ausscheidungswege. Und das ist im Prinzip bei einer Detox-Aktion so das Wichtigste, was man tun muss, dass man erstmal diesen ersten Schritt, diese Leberentgiftung richtig anschiebt. Und wie man das macht, schauen wir gleich. Und als erstes sollten wir den Leberstoffwechsel ankurbeln, denn es bringt uns natürlich nichts, wenn wir der Leber den Befehl zum Entgiften geben, wenn die Leber noch wichtige Nährstoffmängel hat oder noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur gekommen ist. Also wir werden erstmal 14 Tage den Leberstoffwechsel ankurbeln. Dann zusätzlich werden wir den zweiten Schritt machen. Das heißt die Biotransformation verbessern. Alles das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe auf der linken Seite, dass die Leber so richtig schön anfängt zu entgiften, das wäre dieser Schritt. Und nach 14 Tagen können wir sogar noch etwas mehr entgiften. Wir können aktive Entgiftungssubstanzen hinzufügen. Doch bevor wir uns um das Thema Entgiftung genau kümmern, dann schauen wir uns nochmal ganz kurz die Warnhinweise der Leber an. Und ein so ein Warnhinweis ist die Müdigkeit. Denn Stoffwechselprodukte, giftige Stoffwechselprodukte wie Toxine, wie auch Ammoniak und Eiweißmangel, auch Blutarmut, Blutzuckerbeschwerden, die können dann dazu führen, dass wir diese Lebermüdigkeit verspüren. Sie sollten also darauf achten, dass man sich ja nicht zu viel Speisen zuführt und einfach nicht zu viel Giftstoffe zuführt. Und das sehen wir gleich nochmal, was ich damit genau meine. Denn eine große Quelle von Lebertoxinen ist unser Darm. Denn wenn die Darmbakterien nicht richtig durchfermentieren, dann kommt es zur Eiweißfäulnis und zur Gärung. Sie kennen das, wenn Sie mal was Schlechtes essen und dann Blähungen bekommen, dann fermentieren die Darmbakterien halt übermäßig oder Blähungen entstehen. Und das ist ein großes Problem. Das ist das, was Sie hören und riechen können. Aber was Sie nicht so sehen können, das sind einfach gefährliche oder giftige Substanzen. Das Problem ist, dass dann, wenn wir Antibiotika einnehmen oder wenn wir eine Operation haben oder wenn wir einen Infekt haben, dass es zum Mangel an Darmkeimen kommen kann. Das ist die eigentliche Ursache. Dann wird unser pH-Wert zu hoch in der Darmflora. Das heißt, dieser Mangel an pH, an Keimen, an Darmkeimen, der sorgt dann dafür, dass wir zu basisch werden im Darm. Jetzt werden Sie sagen, ja, basisch ist doch super. Basisch ist doch viel besser, als zu sauer zu sein. Ja, das stimmt für viele restliche Teile des Körpers, aber es stimmt eben nicht für die Darmflora. Warum? Weil unsere Darmbakterien Säure produzieren und der Stuhl schön sauer gehalten werden muss. Und wenn es dann zu basisch wird im Darm, dann haben wir ein Problem, dann kommen die Fäulniskeime und das nachfolgende Problem ist, dass unsere Verdauungsenzyme schlecht funktionieren. Und das führt dann zu einer Eiweißverdauungsproblematik. Und immer, wenn so eine Eiweißverdauungsproblematik kommt, dann haben wir das große Problem, dass dort eben in unserem Körper, im Darm, 24 Stunden am Tag toxische Substanzen entstehen. Und dass es dann natürlich dann zu Gärungsprozessen, sprich zu Blähungen kommt. Und das kann dann zu einer massiven Leberbelastung führen. Diese Stoffe, von denen ich gerade sprach, das sind die sogenannten Biogenen Amine. Eines kennen Sie vielleicht, das ist Amin. Das ist auch der Stoff, der in hohen Maßen ausgeschüttet wird, wenn es zu einer Allergie kommt. Aber wir haben dann natürlich auch noch unverdaute Fette, es kann zu viel Zucker entstehen, zu viel Alkohol. Es können ganz schädliche Substanzen wie Induls, Kathol, Phenol entstehen, Schwefelwasserstoff, einen Haufen Eiweißabbautoxine und eben Ammoniak. Und wenn Darm und Leber in ihrem Zusammenspiel dann nicht richtig funktionieren, dann können wir Allergien bekommen und Immunprobleme einfach bekommen. Und hier gibt es eben auch nochmal so eine direkte Giftwirkung. Diese Gifte, die können dann nicht nur müde machen, sondern sie können unser Immunsystem schädigen, sie können zu Entzündungen führen und sie können letztlich die Immunfunktion verändern und dann auch richtig zu Stressreaktionen führen und die Darmflora dann letzten Endes nochmal doppelt schädigen. Und auch Kopfschmerzen können hier mit dem Darm bzw. mit der Leber zusammenhängen. Das wissen die wenigsten Menschen. Ich habe schon x Patienten behandelt, wo ich nichts anderes gemacht habe mit ihren Kopfschmerzen, als die Leber gereinigt und eben auch die Darmflora wieder korrigiert. Und diese Stoffe, die entstehen, Histamin, auch Tyramin, auch Ammoniak, die können einfach die Gefäßweite der Kopfgefäße verändern. Das heißt, die Adern werden dann einfach zu dick oder sie ziehen sich zusammen und das ist dann die Ursache für Kopfschmerzen. Also hier auch bei Kopfschmerzen an so eine Detox-Kur einfach mal denken, denn das könnte die Ursache sein. Übrigens auch bei chronischer Migräne, übrigens auch bei Eisenmangel. Eisenmangel kann auch so ein häufig übersehener Grund für chronische Kopfschmerzen sein. Und wenn sie unter einem unangenehmen Körpergeruch leiden, dann kann das auch mit der Leber zusammenhängen bzw. mit dem Darm, weil der Schweiß sich einfach verändert, weil sich auch die Toxinausscheidung über die Haut verändert, wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert. Harnsäure und Harnstoff, die beiden Stoffe, die riechen dann unangenehm. Es kann auch zu Stoffwechselveränderungen kommen, beispielsweise wenn die Schilddüsenfunktion in dem Zusammenhang auch beeinträchtigt ist. Und dann haben wir natürlich auch wieder Hautflora-Veränderungen, denn wir wissen, die Darmflora und die Haut, diese stationäre Flora, das hängt im Prinzip sehr eng zusammen und kann dann natürlich auch geschädigt werden, wenn es im Rahmen von so einem Detox-Problem oder Entgiftungsproblem der Leber auch zum Darmproblem gekommen ist. Die wenigsten Menschen werden wissen, dass auch Konzentrationsstörungen ein Frühwarnzeichen oder ein Warnsignal der Leber sein kann. Warum? Wenn es zu einer Toxinanhäufung kommt, dann kann natürlich das Gehirn dadurch betroffen sein. Klassisches Beispiel Schwermetalle. Es kann aber auch sein, durch diese Verbindung zwischen Darm und Leber, dass die Darmflora eben geschädigt ist oder die Darmflora die Ursache ist für diese Leberproblematik und dann haben wir eben hier einen Neurotransmittermangel. 80 bis 90 Prozent der Neurotransmitter, also die Sie in Ihrem Gehirn verbrauchen, quasi Ihr Treibstoff, die Neurotransmitter, die werden im Darm gebildet. Und wenn es hier eine Störung gibt, kommt es natürlich zu depressiven Zuständen oder auch Konzentrationsmängel, je nachdem wie ausgeprägt das System dann ist oder das Problem dann ist. Und wir kommen in die Silent Inflammation. Das bedeutet, ein Leberproblem ist immer eine chronische Entzündung und wenn wir eine chronische Entzündung haben, kann es eben auch die Ursache dieser Konzentrationsbeschwerden sein beziehungsweise dann auch ein Energiemangel, wenn diese ganzen Toxine anfluten, wenn der Blutzuckerspiegel nicht mehr richtig stabil gehalten werden kann, weil die Leber eben ein Problem hat, dann können wir uns schlecht konzentrieren. Und das große Problem ist einfach, dass die Leber so viele verschiedene Stoffwechselaufgaben zu erledigen hat, was dann zu Körperschmerzen führen kann. Aufgrund von Entzündungszuständen, aufgrund von oxidativen Stresszuständen, aufgrund von Mineralstoffmängelzuständen, weil einfach die Leber sehr viel Mineralien verbraucht oder aufgrund von Nervenschäden oder auch von Zellstoffstörungen. Also Körperschmerzen hängen vor allem auch so fibromyalgische Schmerzen, so Weichteilschmerzen, die hängen häufig mit der Leber zusammen und ich habe schon sehr, sehr viele Patienten gehabt, wo auch die Ursache dann eine Hormonstörung war, aber als eigentlicher Grund eine Leberproblematik, eine Entgiftungsproblematik die Ursache des Ganzen war. Wieso denken Sie sich Hormonsystem Leber, wie hängt das zusammen? Naja, in der Leber wird das Cholesterin gebildet oder auch mitproduziert und das ist wiederum der Baustein, aus dem dann die Sexualhormone wie Testosteron, wie Östrogen und so weiter gebaut werden und deswegen gibt es eine enge Vernetzung von Leber zu Hormonsystem. Kennen Sie auch jemanden, der total geruchsempfindlich ist? Ja, der könnte eine Leberproblematik im Hintergrund haben. Natürlich kann sowas auch einfach angeboren sein, Menschen mit guter Nase oder Geruchsempfindlichkeit, aber wir kennen das einfach auch von Leberschwächlingen und hier ist es der Neurotransmittermangel, den wir gerade schon besprochen haben, auch Entzündungen, den wir gerade schon besprochen haben, aber es kann eben auch bestimmte Freisetzungen von Neurotoxinen geben oder auch von Hormonveränderungen, die dann dazu führen, dass man den anderen Menschen nicht mehr so richtig riechen kann. Und ein riesengroßes Problem, wenn die Leber nicht richtig funktioniert, die Leber sucht sich natürlich Mittel und Wege, wie sie ihre Giftstoffe wieder loswerden kann und einer dieser Wege ist natürlich ein einfacher, das ist die Haut oder es kann auch mal der Urin sein, aber die Haut ist dann halt einfach sichtbar, wenn es hier ein Problem gibt. Das ist sozusagen eine Ersatzentgiftung und das ist der Versuch der Leber oder des Körpers, dann diese direkte Toxinausscheidung über den Schweiß zu machen. Natürlich hängen dann auch noch andere Ursachen drin, wie Entzündungen, wie Störung der Zellregeneration oder auch allergische Reaktionen, wenn das mit der Leber nicht mehr richtig funktioniert, auch ein Nährstoffmangel oder dann sind wir wieder bei der Darmflora, bei der Mikrobiomstörung. Auch das kann natürlich dann das Mikrobiom der Haut nachhaltig zerstören, aber grundsätzlich mal der Versuch der Ersatzentgiftung über die Haut bei einem Leberproblem, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Und zu guter Letzt der Leberschwächling in der chinesischen Medizin, der mit Gereiztheit, mit Explosivität und so weiter reagiert. Also wenn Sie jemanden kennen oder der Ehepartner schnell auf der Palme ist, dann auch an die Leber denken. Auch hier gibt es wieder Zusammenhänge und Gründe mit dem Hormonsystem kann dann auch mal eine Gallenblasenabflussproblematik sein, der Gallensaft, wenn er schlecht abfließt, ein kleiner Stein oder irgendwie sowas im Gallenbereich. Aber das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen aus der chinesischen Medizin. Aggressivität, schnell hochkochen, aber auch schnell wieder beruhigen, Leberzeichen. So, aber jetzt sollten wir über die Leberentgiftung sprechen und wir hatten ja gesagt, wir wollen unseren Leberstoffwechsel erst auf Betriebstemperatur bringen und Selen eignet sich hier hervorragend. Warum? Wir brauchen Selen für einen Stoff, Glutadion. Glutadion ist das Molekül, ist ein kleiner Bauarbeiter, wenn man so möchte. Dieser kleine Bauarbeiter, der schraubt einfach Seitenketten an Moleküle dran. Die Moleküle bekommen kleine weitere Ärmchen und das führt dann dazu, dass diese Moleküle dadurch entgiftet werden und dadurch werden sie auch wieder wasserlöslich. Das ist eben diese Glutadionherstellung. Dafür brauchen wir nicht nur Selen, sondern wir brauchen auch Glycin, Methionin, Cystein, also Aminosäuren. Und Sie sollten darauf achten, wenn Sie eine gute Leberentgiftung haben möchten, dass Sie eben diese Aminosäuren zuführen, beziehungsweise Aminosäuren zuführen, aus denen der Körper diese Aminosäuren machen kann. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn Sie jetzt einen Standard-Eiweißpulver beispielsweise nehmen, dann haben wir immer auch einen hohen Anteil, was von diesem Eiweißpulver von der Leber entgiftet werden muss. Netto Stickstofflast nennt man das. Und da produziert die Leber Ammoniak. Und wir wollen im Prinzip, dass in dieser Zeit der Leberentgiftung Leberentgiftung die Leber möglichst wenig Arbeit hat. Deswegen würde ich in der Zeit der Leberentgiftung eher keine Eiweißpulver zuführen, wenn Sie das machen möchten, sondern eher auf das sogenannte Master-Amino-Pattern gehen. Das ist eben eine Form des Eiweißes, wo die Leber im Prinzip minimalst bis fast gar keinen Ammoniak produzieren muss, weil einfach diese Eiweiße, diese Proteine so gut verstoffwechselt werden. Also bevor wir uns Shakes machen und bevor wir uns große Mengen Fleisch zuführen bei einer Leberentgiftung, sollten wir eher auf diese Master-Amino-Pattern gehen. Dort nimmt man so einen Pressling auf 10 Kilogramm Körpergewicht, vielleicht ein- oder zweimal täglich diese Menge und dann ist die Leber sehr, sehr gut versorgt mit hochwertigem Eiweiß, dass sie eben ihren Entgiftungsjob auch machen kann. Und eine zweite Substanz ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant und das ist Kurkuma. Und Kurkuma ist schon ein Stoff, der lange Zeit bekannt ist. Sie werden ihn sicherlich kennen aus der Ayurveda-Medizin. Der Wirkstoff ist Kurkumin und wir haben eben eine starke anti-entzündliche Komponente. Wir haben eine antioxidative Komponente von Kurkumin. Wir können in der Krebstherapie Kurkumin besser verfügbar machen durch schwarzen Pfeffer. Die beiden, die passen gut zusammen. Für die Leberentgiftung ist das nicht so wichtig. Aber jetzt kommt das Interessante, es gibt hier eben einen Haufen Studien, dass sich die Leberwerte verbessern, dass Kurkumin sehr gut ist zur Entzündungsunterdrückung, zur Entzündungsreduktion, vor allem auch bei der nichtalkoholischen Fettleber und viele, viele weitere Daten gibt es hier für Kurkumin an der Leber. Also man kann schon sagen, es hat tatsächlich eine Wirkung laut Studien. Und das ist das, was passiert. Das ist ein bisschen wissenschaftlich. Also Kurkumin schiebt hier im Prinzip sogenannte Wachstumsfaktoren an, Kinasen an, Enzyme, Transkriptionsfaktoren und einfach sogenannte inflammatorische Zytokine. Das ist das, was Kurkumin dann bremsen kann. Es fängt regelrecht so die Entzündung wieder ein bisschen ein. Und ich empfehle liposomales Kurkumin einzusetzen. Warum? Kurkuma in Kapseln finde ich unelegant. Die nimmt man nicht so gern. Das kann ein bisschen im Magen aufstoßen. Ich bin ein absoluter Kurkuma-Hasser gewesen über Jahre. In den Smoothies finde ich es einfach schlimm, weil das so abfärbt und so weiter. Aber jetzt, seitdem es liposomales Kurkuma gibt, nehme ich täglich meinen Kurkuma. Es hat mir mal gesundheitlich richtig aus der Patsche geholfen. Und ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die das Gleiche sagen. Also wenn Kurkuma dann meiner Meinung nach aufgrund dieser verbesserten Aufnahmemöglichkeiten eben über die liposomale Technologie eingenommen als Nahrungsergänzungsmittel. Und was auch sehr interessant ist, wenn sie unter Darmproblemen leiden, Kurkuma, da gibt es erste Studien, scheint in der Lage zu sein, das Leaky Gut-Syndrom sehr, sehr gut wieder abdichten zu können. So, der erste Schritt wäre erledigt. Selen, Eiweißpresslinge, Kurkuma. Das bringt uns zwei, drei Wochen die Leber mal so richtig auf die Betriebstemperatur. Und dann können wir anfangen, tatsächlich noch einen Gang höher zu schalten, indem wir Glutadion einnehmen. 100, 200 Milligramm am Tag, vielleicht 300 Milligramm, bis zu 400 Milligramm. Und Glutadion ist eben dieser Stoff, den dann die Leber benötigt, um aktiv zu entgiften. Aber es ist eben auch der Stoff, der es der Leber im Prinzip leichter macht, weil die Leber ihn nicht aufbauen muss, wenn man ihn so einfach einnimmt. Und Sie können die Leber natürlich noch mit weiteren tollen Sachen unterstützen, wie Mariendistel, wie Artischocke, wie Löwenzahn oder auch dann die Niere noch mit dazu unterstützen, mit Brennnessel-Extrakt. Und was ich ganz toll finde, ist der Brokkoli-Extrakt. Sulforafane sind die Stoffe, die im Brokkoli-Extrakt drinnen sind. Auch die eignen sich hervorragend, um hier der Leber etwas Gutes zu tun. Deswegen finden Sie auch in Phytoconvert die Kombination zwischen Sulforafane, also zwischen Brokkoli-Extrakt und Glutadion. Also der zweite Schritt, der besteht im Prinzip darin, der Leber Arbeit abzunehmen, aber im Prinzip auch die Schlagzahl zu erhöhen, dass die Leber in der Lage ist, noch mehr Giftstoffe umzusetzen. Sie ist schon auf Betriebstemperatur, aber wir helfen ihr von außen zusätzlich über das Glutadion und vielleicht über den einen oder anderen sekundären Pflanzenstoff, so wie ich es gezeigt habe. Und dann in der dritten Phase können wir noch was weiteres tun. Wir können jetzt einen aktiven Entgiftungsstoff hinzufügen. Und zwar geht es hier um die Alpha-Liponsäure. Und Alpha-Liponsäure hat genauso auch wie Glutadion Schwefelgruppen und sie hat die Eigenschaft, dass sie auch den Glutadion spiegeln noch zusätzlich anheben kann. Alpha-Liponsäure regt den Körper oder die Leber dazu an, noch mehr Glutadion zu bilden. Und der große, große Vorteil von Alpha-Liponsäure ist, es ist ein sogenanntes leichtes Gelat. Das heißt, es ist zur Schwermetallbindung geeignet. Die Substanzgruppe, die kann das eben. Aber auch eine kleine Warnung, sie sollten vorsichtig sein. Sie sollten also nicht von heute auf morgen Alpha-Liponsäure einnehmen, sondern sie sollten die Leber ein bisschen darauf vorbereiten und den Körper, das heißt erstmal die, sagen wir mal, allerwelts Giftstoffe binden und zur Ausscheidung bringen und dann eben langsam Alpha-Liponsäure hinzufügen. Ja, so kann eine Detox-Kur aussehen. Mir erscheint das alles viel logischer, wie wenn ich einfach nur Einzelsubstanzen nehme. Wie gesagt, mit dem ersten Schritt erstmal die Leber auf Betriebstemperatur zu bringen, sie zu versorgen mit Eiweißen und mit Selen. Denn man muss sich ja eines mal vorstellen, dann im Schritt 2 und Schritt 3, da muss die Leber richtig viel leisten. Wir drücken aufs Knöpfchen und sagen, hey, jetzt geht's los und wenn die Leber dann kein Selen zur Verfügung hat oder auch kein Eiweiß, dann spielen wir sie im Endeffekt an die Wand. Und dann, mit Glutadion passieren dann schon einige Dinge mehr. Wir geben im Prinzip der Leber im Überfluss die Möglichkeit, Dinge zu entgiften und dann kommt noch die Alpha-Liponsäure, die dann eben die Spezialmoleküle wie diese schwer bindbaren Schwermetallmoleküle dann in der Lage ist, auch noch sanft mitzunehmen. Ich würde empfehlen, bei der Alpha-Liponsäure nicht zu schnell zu starten, die jeden zweiten Tag nur zu nehmen, 100 Milligramm beispielsweise und im Prinzip das Ganze langsam angehen zu lassen, denn wenn Sie noch nie so eine richtige Entgiftungskur gemacht haben und tatsächlich unter einer Schwermetallbelastung leiden, dann könnte es durchaus sein, dass das Ganze dann etwas, ja ich möchte mal sagen, spürbarer wird, vielleicht mit Müdigkeit oder mit Muskelschmerzen und das muss nicht sein. Wir wollen uns ja im Prinzip durch so eine Entgiftung immer besser und besser fühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn Sie Lust haben, teilen Sie dieses Wissen mit Ihren Freunden, denn da sind viele dabei, die ein Leberproblem haben und das noch gar nicht wissen und viele wissen auch nicht, wie kann ich dann so eine Entgiftung durchführen, die machen dann irgendwelche sinnlosen Sachen wie, weiß ich, Fußbäder oder irgendwelche komischen Trinkkuren, also das ist etwas, was dann tatsächlich auch Sinn macht. Danke fürs Zuschauen, danke an die Kanalmitglieder, wir sehen uns definitiv beim nächsten Live und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.